So, ihr seid natürlich alle total scharf darauf zu erfahren, was ist in dieser Maschine dabei, was wurde da geliefert. Ich verlinke euch die Maschine auch unten in der Videobeschreibung, falls jemand mal 125 kg Stückmaschine daheim stehen haben möchte, damit ihr wisst, wo ihr die bestellen könnt. Ich habe einen Zettel dabei, mit was alles dabei ist. Also es handelt sich um einen TV-M925 und standardmäßig ist eine Pick-and-Place-Maschine dabei, das wäre das Tyler. Ein Stück, Include, Monitor, Mouse and Keyboard. Also praktischerweise, die haben hier einen Monitorhalter, ich muss ja alles noch zusammenschreiben, der kommt irgendwo hier hin. Die haben einen Keyboardhalter mitgeliefert, haben einen Mini-Keyboard mitgeliefert, das ein englisches Tastaturlayout hat, aber das war zu erwarten, damit kann man definitiv leben. Ein schönes kleines Mini-Keyboard. Die haben eine Maus mitgeliefert und, was ich total futzig finde, die haben ein Mausbett mitgeliefert und zwar so ein süsses kleines Mausbett. Hier kommt dann die Maus drauf. Da unten ist ein Loch, da wo die Kabel rausgehen und das Ding wird, glaube ich, irgendwo hier dran geschraubt. Dann wurde mitgeliefert ein Inbus-Schrauber, dass man das Zeug wahrscheinlich auch zusammenschrauben kann. Ich habe mir noch mitbestellt eine Ersatz-Treiber-Platine einfach, weil das Ding null wiegt und wenn es kaputt geht, dann habe ich eins hier. Wäre schade, wenn das irgendwie kaputt geht und man muss wieder extra ein Keyen abstellen, das ist auch blöd. Sie haben mitgeliefert einen kleinen USB-Stick, den kennen wir schon vom 3D-Drucker. Also scheinbar gibt es den da drüben irgendwie kiloweise. 8 GB Cruiser-Blade USB-Stick. So ein kleines Magazin, wo man die Chips einzeln reinlegen kann, damit die Maschine auch einzelne ICs, so TQFPs und so nehmen kann. Dann ist da drin richtig viel Schraubenmaterial. Ganz viele M5-Schrauben verschiedenster Länge. Was ich ein bisschen schade finde, es ist nichts beschrieben, wo jetzt welche Schraube genau wie reinkürtelt. Aber dafür macht man dieses Video. Hier sind irgendwelche Halter, da könnte man dann irgendwelche Drehs montieren. Das muss ich mal anschauen, das wird spannend, da freue ich mich drauf, das zu testen. Eine Testplatine von denen, mit der man dann gleich die ersten Tests machen kann. Ersten Bestück-Tests, zwei Griffe für die Türen hinten und vorne. Und nochmal ein kleiner Inbusschlüssel, ein Vierer oder so, was das ist. Damit wird alles aufgebaut und zusammengeschraubt. Was ich noch mit dazu habe, sind zwei Ersatzmotoren für die Z-Achse. Also das sind die V-Motoren für den Drehwinkel. Da habe ich nochmal zwei Ersatzmotoren dabei, falls da was kaputt geht. Die anderen Motoren sind Standard, die kriegt man relativ einfach. Aber die haben ja hier diese Aufnahme für die Tools, wo wir schon beim zweiten Punkt sind. Beim nächsten Punkt sind. Tools sind auch dabei, habe ich auch ein paar gleich dazu bestellt. Tools sind quasi die Dinger, mit denen man die Bauteile aufnehmen kann. Da hat man vorne so ein kleines Loch, einen kleinen Saugnapf sozusagen. Das Ganze ist federnd gemacht, weil man muss ja das Bauteil nehmen. Die Maschine nimmt das und die Federkraft wäre quasi der Anpressdruck für die Bauteile. Und hier hinten entsprechend wird es dann, schätze ich jetzt mal, hier hineingesteckt. Und dann sollte es einigermaßen dicht sein. Da drin ist eine Kugel eingebracht. Und mit dieser Gumminupse hier hält die Kugel quasi so leicht federnd, dass das einrastet und auch drin bleibt. Das sind die Tools. Da habe ich auch gleich verschiedene Größen mit dazu bestellt, weil es einfach, ja man braucht halt für 08, 05 ein anderes Tool oder halt wenn man jetzt größere Chips hat, für so einen Atmega 32, U2 oder so in TQFP braucht man dann schon eher sowas in der Größenordnung. Deswegen habe ich das gleich dazu bestellt. Die Tools sind auch Standard von der Größe. Die kriegt man auch von anderen Herstellern zu kaufen. Dann ist ein Stromkabel dabei. Erstaunlicherweise mit richtigen WU-Stecker. Was ich total putzig finde, was dabei ist, ich finde es echt mega. Eine kleine Dose. Fett. Dass man quasi die Achsen und so nachfetten kann. Weil, das muss man bestimmt auch ab und zu machen, einfach die Achsen nachfetten, damit die nicht rosten anfangen, damit die Maschine leichtgängig bleibt und so weiter. Daher ein bisschen Fett mit dabei. Und zu guter Letzt eine Anleitung TVM Desktop Kick & Place Maschine. Da wird vom Aufbau nicht sonderlich viel erklärt, aber da ist zumindest schon mal ein bisschen was von der Software erklärt. Es wird sogar erklärt, wie man von Alzium Daten generiert und in die Maschine importiert. Es sind ein paar Sachen für die Bildverarbeitung, wie man die einstellt, erklärt. Aber dafür mache ich dann wieder ein separates Video, wo ich das mit euch durchgehe. Irgendwo ist da auch, glaube ich, erklärt, wie man die Fieder in Betrieb nimmt. Das wird dann nämlich gleich eins der spannenderen Punkte, wie man die Fieder bestückt. Aber das schauen wir uns auch in einem separaten Video an. Hier nochmal die ganzen Nozzles auf Englisch, die ganzen Tools bezeichnet mit auch verschiedenen Größen. Und auch empfohlen, zum Beispiel die Suction Nozzle No. 1, recommended for 0603. Oder die größere, recommended for 0805, dass man auch weiß, was man bestückt. Die Maschine an sich hat vier Bestückköpfe, also die nimmt vier Bauteile hintereinander auf und bestückt dann vier Bauteile hintereinander. Sie hat vier Kameras, die von unten hoch gucken, also alle vier Bauteile gleichzeitig vermisst, um die Drehlage zu korrigieren oder generell, um zu gucken, ob überhaupt ein Bauteil drauf ist. Und sie hat noch eine HD-Kamera hinten, mit der man größere Bauteile angucken kann, glaube ich, oder genauer angucken kann. Und sie hat dann noch eine Kamera, die von oben runter guckt, also sechs Kameras in Summe. Eine Kamera, die von oben runter guckt, um eben Bildverarbeitungsmerkmale auf der Platine zu erkennen, weil sie muss ja auch wissen, wo die Platine sich befindet und so weiter. Ja, das war es mit dem Lieferumfang. Im nächsten Video schrauben wir es zusammen, bauen es mal auf und schauen, was da alles dabei ist und wo welche Schrauben hinkommen. Ich hoffe, das hat euch bisher schon gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Es wird definitiv spannend.